Mein Nummer 1 Plan. Oh shit, jetzt ist es fast ein Unfall. Halbjahr, Pre-Tour Tag Nummer 4. Heute in Zürich auf einem wunderschönen 60-Leuten-Platz. Und ich meine, diese Tour läuft ja bis jetzt grossartig. Überall nur Begeisterungsstürme. Also wird es hier in Zürich sicher nicht anders sein. Hallo, ich bin tatsächlich... Ja, waps. Ja, tatsächlich. Kennen Sie mich? Nein. Nicht? Das ist jetzt blöd. Ich bin jetzt seit drei Tagen unterwegs und das ist der vierte Tag. Das Problem ist, ich habe gedacht, ich werde mehr erkennt und die Leute freuen sich mehr. Können wir das noch mal machen, dass ich so komme und sie erkennen mich dann? Dann sagen sie, ah! Sie sind ja der Joel. Hey, Joel! Hey! 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 Hoi! Wow! Was machst du denn du da? Ja, ich bin auf meiner Pre-Tour. Ich mache kleine Aufträge. Bist du Mello auf der Max? Absolut, absolut. Von Basel da hin? Von Basel bis da hinfahren? Ja, schon. Ja. War eine Kostprobe? Fit? Ja, ja. Zeig mal. Also, machen wir gleich. Zürich! Zürich! Zürich, wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Wunderbar. Oh, erste Reihe. Schon wahnsinnig stimmig. Bestimmig. Kommen Sie rum. Kommen Sie rum. Schwester? Ja. Sehr gut. Ein bisschen spurt zur Vorstellung, aber kein Problem. Auch in der ersten Reihe. Ich bin jetzt die ganze Zeit mit dem Velo unterwegs. Und es ist ganz toll, wenn man in so verschiedenen Städten ist. Und was es für Unterschiede gibt. Zum Beispiel, wenn man Fussgänger ist und über die Strasse möchte, und dann tut man Velofahrer oder Velofahrerin durchwinken. Es ist eben ganz unterschiedlich, wie dann die Menschen reagieren, oder? Als sie in Bern gemacht haben, haben sie gesagt Merci. Gestern in der Kuh, haben sie gesagt Danke. Und hier in Zürich, Lauf einmal, du Wichser! Und hier in Zürich sagen sie, Lauf einmal, du Wichser! Ja. Bist du auch gesehen? Oh, oh, oh! Okay, wir müssen jetzt aber so tun, als wäre jetzt der Auftritt sensationell gewesen. Ich erzähle nur so einen letzten Satz. Und dann halt verreckst du vor Lachen, applaudierst bis zum Gehtnichtmehr. Sonst ist es halt blöd für das Video, oder? Okay. Und dann sagt sie, so gross ist er gar nicht. Und dann sagt sie, so gross ist er gar nicht. So gross! So gross! So gross! So gross! Bravo! Ich bin da für mein Interview. Ja, wie wir dir mehrfach gesagt haben, es geht nicht. Es war es nicht. Wir haben keine Zeit. Wir sind recht empfohlen, einfach schön im Programm. Ja, und ich glaube, wir können auch sagen, wenn es wirklich lustig ist es auch nicht. Jetzt bin ich extrem besser auf Zürich gekommen. Und jetzt haben wir hier, weisst du, die Kamera und all diese Dinge. Ich habe wirklich die Kamera. Ja, kann man es nicht noch mal machen. Und die sagen dann einfach, es ist gut. Ja, aber wir machen dir nichts. Nur für das Video. Hey, ciao! So gut! Ich habe mich so gefroren! Hallo! Hallo! Hallo!